Ich stehe hier in der Nähe von Willisch, habe mir eine schöne Runde herausgesucht, nennt sich Notlandung in Saxonia. Das ist übrigens die Teufelsmülle. Ich war jetzt lange hier, wollte mal wieder hierher und die Runde habe ich auch schon gemacht eigentlich. Ich wollte nur noch mal ein Video haben. Wie gesagt, nennt sich Notlandung auf Saxonia. Die Geschichte war, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Der junge Jedi-Ritter Luke Skywalker hat mit viel Geschick einen hinterhältigen Angriff des Imperiums auf dem Planeten Saxonia vereiteln können. Sein Ex-Wing, Raumjäger, wurde im Kampf jedoch schwer beschädigt und eine Notlandung ist unumgänglich. Glücklicherweise ist der kleine Planet Saxonia in Reichweite. In der Nähe eines erlöschenden Vulkans, dem Bordcomputer nach als Willisch bezeichnet, bringt Luke das lädierte Raumschiff zur Landung. Die neugierigen und lustigen, jedoch sehr seltsam sprechenden Bewohner des Planeten. Danken Luke dafür, dass er sie vor der Unterdrückung durch den Imperator bewahrt hat. Und unsere Aufgabe ist jetzt Luke zu helfen beim Instandsetzen seines Kleiders. Gehen wir los! Station 1. Nach einem ausgegiebigen Essen in der Teufelsmühle, haben wir vorhin gesehen, macht sie Schluck am Zwerg. Er bemerkt im Cockpit die Warnleuchte für den Hyperantrieb, ohne den der Rückflug nach Hause nicht zu schaffen ist. R2D2, sein treuer Reparatur-Troride, fragt nach der Farbe der Warnleuchte und mit der Fehlersuche zu beginnen. Die Farbe der Warnleuchte, erste Buchstabe, steht für die Variable A. Gucken wir mal hier rein, schließen die Batterie an und wir sehen, dass wir... Oh, meine Batterie ist runter. Das ist nicht gut, aber wir machen die runter. Das ist eine simple LED, also wird hier an einer Batterie liegen. Und einen Bewohner im Hintergrund sieht man hier. Die Farbe der Warnleuchte ist rot. Es ist nach dem ersten Buchstaben gefragt. Das ist ein R. Das R steht an 18. Stelle im Alphabet. Und die Quersumme davon wäre die 9. Die schreiben wir uns auf. Und errechnen daraus die nächsten Koordinaten. Der zweite Wegpunkt muss hier irgendwo sein. Eine ganze Weile her, ich weiß nicht mehr genau, wo die ganzen Dinger lagen. Dinger lagen. Amen. 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 R2D2 R2D2 lokalisiert den Fehler in der Steuereinheit des Antriebs. Dazu muss Luke eine Luke aufmachen, die jedoch mit einem Zugangscode gegen Manipulation durch das böse, böse Imperium gesichert ist. Mit der richtigen Kombination zeigt der Mechanismus grün an. Jetzt ist die Steuereinheit sichtbar und R2D2 erkundigt sich nach dem Zustand des Antriebs. So, ich schwere noch mal die Batterie rausfahren und muss noch mal einen zweiten Versuch starten. Ob die nun wirklich runter ist oder nein, eine leichte Wicht. So, jetzt müssen wir die Kombination hier rauskriegen. R2D2 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 piepst aufgeregt vor sich hin. Hyperplasma sieht aus den Leitungen aus. In dem schlimmsten Fall kann sich das ganze Schiff explodieren. Obwohl es wichtig sein wird. R2D2 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 ich habe schon ein gut ausgedrehtes Gescherfeld 11 Meter das ist noch ein Bild 8 Meter 12 Meter 11 Meter Achso das war die Schutzbrille Eigentlich sollte man sich jetzt durch die Schutzbrille die leuchtende LED angucken Da aber meine Batterie runter ist wird da natürlich nicht draus Angefangen hatte ich die Runde vor anderthalb Jahren schon mal Da hat es dann stark geregnet Da habe ich dann an der dritten Station abgebrochen Da war mir das einfach zu nass und zu kalt Und dann habe ich den nochmal ein paar Wochen später angegangen Hat er alles rausgekriegt Aber der Owner hatte eine Rechnung falsch gemacht Und ich komme an einer falschen Stelle raus Nach ein paar Mails hin und her Komischerweise haben andere den Cache auch gefunden gehabt Nach ein paar Mails mit dem Owner habe ich dann die richtige Adresse bekommen Und dann habe ich dann die richtige Adresse bekommen Ich komme zu Station 4 17 Meter Jetzt kommt Station 4 Station 4 Um zu wissen wie Luke das Leck schließen kann muss er noch die Periode der Plasmaschwingungen bestimmen Wie viel gerundete Sekunden dauern 10 Schwingungen Ja hier ist ein Stopper oder Handy oder was auch immer gefragt mit Sekundenzeiger Reicht Schauen wir mal Wie gesagt ohne Batterie Ja hier Ja hier ist Ja hier ist Ja hier ist Ich bin hier hinten So, fünfte Station ist 400 Meter weiter. Das lösen wir gleich vor. Station 5, R2D2 piepst erleichtert. Zum Glück lässt sich das Hyperplasma in eine andere Leitung umleiten. Dazu muss jedoch die Energieversorgung des Raumschiffs umgestellt werden. Glück bringt die Schalter in die Position, in der die maximale Energie verfügbar ist. So, fünfte Station 5, R2D2 piep. 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 Hier am Wiellicht, das ist noch ein bisschen ein Geheimtipp. Hier sind selbst am Wochenende wenig Leute unterwegs. So, fünfte Station 5, R2D2 piep. 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 Allerdings scheint er kaputt zu sein. Hier ist in keiner Schalterstellung ein Ausschlag festzustellen. Hmm. So, fünfte Station 6, R2D2 piep. So, fünfte Station 6, R2D2 piep. Ich bin jetzt oben auf dem Willisch. Wir haben jetzt die Energieversorgung vom Raumschiff umgestellt. Und jetzt geht es weiter. Die Reparatur hat Juck hungrig gemacht, weil die Einheimischen eine Spezialität der Region anbieten. Wildgulasch mit Knöchen und Rotkraut. Lecker! Auch R2D2 bestellt sich eine Batterie und lässt sich die 30 Amperestunden schmecken. Es zieht ihn jedoch ein wenig zwischen den Schaltkreisen, da die Batterie mit Energie der umliegenden Windräder aufgeladen wurde. Und dann geht es zum Feine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Damit der Schmierze nicht zwischen den Schaltkreisen auch so sehr zieht, trinke ich auch noch mal ein Schleppbier. Prost! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tempareil Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020